So, hallo, wir wollen uns in diesem kurzen Video mit dem berühmten Satz von Rice beschäftigen. Das ist genauer gesagt der Satz von Henry Gordon Rice, so hieß der Mann, der sich das erdacht hat. Viel mehr kann ich zu Ihnen nicht erzählen, aber der Satz ist weiterhin bekannt und ziemlich praktisch. Er wird uns nämlich einiges an Arbeit ersparen in diesen Videos zum Thema Berechenbarkeit, um die es hier gerade geht, in dieser Reihe zum Thema theoretische Informatik und Logik im Kurs der TU Dresden. Wir haben ja schon einiges zu diesen Themen gelernt in den letzten Videos. Die ersten Dinge, die uns so über den Weg gelaufen sind und von denen wir herausgefunden haben, dass sie unentscheidbar sind, waren die Busy-Biber-Funktion. Hier müssen wir eher sagen unberechenbar, denn das geht um eine Funktion, nicht einfach nur um eine Entscheidung, die man mit Ja und Nein treffen könnte. Das Halteproblem, das Epsilon-Halteproblem, zwei klassische unentscheidbare Probleme, die also mit keinem Algorithmus je gelöst werden können für alle möglichen Fälle. Und wir haben im Fall von Busy-Biber gesehen, dass nicht nur solche Probleme dazu neigen, in der ganz allgemeinen Form unlösbar zu sein und man dann vielleicht sagen könnte, naja, bei der Praxis geht es halt doch irgendwie, sondern dass diese Probleme oft auch mit sich bringen, dass sie selbst schon in kleinen Beispielen zu extremen Berechnungsschwierigkeiten führen können. Ja, also es ist oft schwierig und eine gewisse Herausforderung, wenn man so ein unentscheidbares Problem hat, dann Sonderfälle zu finden, in denen man vielleicht trotzdem ganz gut praktisch arbeiten kann mit einem Algorithmus. Okay. Abgesehen davon, dass wir diese grundsätzlichen Erkenntnisse gewonnen haben, dass also diese Probleme existieren und schwierig sind, haben wir auch ein paar interessante Beweistechniken kennengelernt. Und die sind mindestens genauso wichtig wie die Dinge, die sie bewiesen haben an sich. Zum einen ein ganz klassisches Argument, Kardinalität. Ja, das gibt es schon seit über 100 Jahren von Georg Cantor ursprünglich eingeführt. Wir zählen einfach, wie viele Algorithmen es gibt und stellen fest, das sind ja viel zu wenige, es gibt viel mehr Probleme. Da können also nicht alle entscheidbar sein durch irgendeinen Algorithmus. Dann wurde es konkreter, Diagonalisierungen, auch das ist letztlich Ideen von Cantor im neuen Gewand oder sind Ideen von Cantor im neuen Gewand. Wir nehmen zum Widerspruch an, dass etwas berechenbar ist und konstruieren dann mit Hilfe dieses angenommen berechenbaren Teilproblems, das wir als Subroutine verwenden, einen paradoxen Algorithmus. Also wir konstruieren einen Algorithmus, der etwas tut, was sich selbst widerspricht, der also gleichzeitig etwas ausgeben muss und etwas anderes ausgeben müsste. Das ist auch eine Diagonalisierungsidee, genauso wie wir bei der Diagonalisierung à la Cantor eine Menge konstruiert haben, die nicht existent sein kann. Also die sich unterscheidet von allen Mengen, die es sonst gibt, obwohl wir doch annehmen, dass die alle schon da sind. Und als dritte und praktischste Beweistechnik, die auch am häufigsten vielleicht zum Einsatz kommt in der Forschung ist, haben wir die Reduktionen gesehen. Wir können zeigen, dass bereits bekannte nicht berechenbare oder nicht entscheidbare Probleme sich lösen ließen, wenn ein Problem berechenbar wäre. Also auch da im Prinzip immer ein Widerspruchsargument versteckt, aber ein bisschen anders als bei der Diagonalisierung. Wir kommen nicht zu einem Paradoxon, sondern wir kommen dazu, dass wir mithilfe des neuen Problems, wenn es denn lösbar wäre, auch ein schon bekanntes unlösbares Problem lösen könnten. Und dadurch entsteht dann der Widerspruch. Okay, also das waren die wichtigsten Erkenntnisse, die wir da bis jetzt gewonnen haben und die wichtigsten Methoden. Ein paar andere Sachen haben wir hoffentlich auch noch gelernt, aber das ist hier die grobe Übersicht. Jetzt könnten wir natürlich gut so weitermachen und neue und zusätzliche unentscheidbare Probleme vorstellen und jedes Mal wieder Beweismethoden anwenden. Vielleicht die, die wir schon kennen, vielleicht auch ein paar neue. Und das würde sicherlich uns die ganze Vorlesung über beschäftigen können, den ganzen Kurs entlang immer wieder zu neuen Dingen führen. Aber es würde vielleicht auch etwas ermüdend sein. Und da kommt uns der besagte Herr Rice zu Hilfe, denn er liefert uns ein ganz praktisches Theorem, das hier informell auf der Folie angegeben ist. Und im Wesentlichen besagt, dass jede nicht triviale Frage über die von einer Turing-Maschine ausgeführte Berechnung unentscheidbar ist. Also grob gesagt, alles unentscheidbar. Also alles, was interessant sein könnte und was man sich über eine Turing-Maschine fragen könnte, ist nicht entscheidbar oder auch nicht berechenbar, wenn es um eben so etwas geht wie beim Busy Bieber. Das ist jetzt recht uninformell ausgedrückt, aber es ist schon nicht schlecht, wenn man sich das merkt, denn damit kann man schon vieles erreichen und auch vieles schnell bewerten. Also man kann viele zutreffende Einschätzungen abgeben als Informatiker oder Informatikerin, wenn man das im Kopf hat, zur Schwierigkeit bestimmter Dinge. Aber natürlich wollen wir das auch ein bisschen formaler machen. Das ist im Prinzip für einige von Ihnen Wiederholung, wenn Sie die letzte Videoreihe über Automaten und formale Sprachen schon gesehen haben. Da hatte ich das schon mal gemacht, aber ich hatte es noch nicht bewiesen. Das kommt heute noch. Hier kommt die formelle Version oder sollte ich formal sagen, die geht wie folgt los. Das ist das, was wir als nicht-triviale Eigenschaft bezeichnen wollen. Wenn ich jetzt sage, sei das eine Eigenschaft von Sprachen, dann fragen Sie vielleicht, was ist das für formal gesagt für ein Objekt, was mathematisch, gibt es so etwas wie Eigenschaften in der Mathematik? Ja gut, gibt es vielleicht schon, aber ganz genau genommen könnte man auch sagen, dass es so eine Eigenschaft natürlich immer dadurch definiert sein kann, dass wir eine Menge von Sprachen angeben. Also die Menge aller Sprachen, die die Eigenschaft haben. So könnte man eine Eigenschaft mathematisch ganz exakt darstellen, wenn Sie das wollen. Also das ist das, was ich hier meine. Und wir wollen jetzt also, dass einige Turing-erkennbare Sprachen die Eigenschaft haben, also in der Menge drin liegen und andere sollen das nicht. Okay, dann ist das folgende Problem unentscheidbar. Eingabe des Problems, Eingabefrage ist die Turing-Maschine M. Ausgabe ist die Antwort auf die Frage, hat die Sprache von M die Eigenschaft E? Okay, das ist also die formale Art zu sagen, alles nicht-triviale ist unentscheidbar. Wir können fast nichts über die Sprache wissen, außer es ist trivial. Das heißt, es ist etwas, was ohnehin für jede von einer Turing-Maschine erkannte Sprache gilt oder eben für jede von einer Turing-Maschine erkannte Sprache nicht gilt. Was bedeutet das praktisch? Naja, wir können das natürlich an vielen Stellen anwenden. Alles Mögliche ist unentscheidbar. Zum Beispiel die Frage, ob ein bestimmtes Wort in einer Sprache der Turing-Maschine vorkommt. Das ist eine nicht-triviale Frage. Sicherlich einige Turing-Maschinen würden dieses Wort akzeptieren, andere nicht. Also ist die Frage nicht von vornherein klar. Deshalb nicht-trivial. Ist die Sprache leer? Ist die Sprache endlich? Ist die Sprache regulär? Etc. Und so weiter. Also all das ist automatisch unentscheidbar. Und wir müssen nicht für jede in dieser Fälle einen eigenen Beweis finden. Rice deckt alles ab. Wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen, dass wir Rice richtig verstehen. Zum einen handelt es sich bei Rice oder geht es bei Rice immer um die Eigenschaften der Sprache, die die Turing-Maschine erkennt. Wenn ich über Programme sprechen würde oder wenn ich mir die Turing-Maschine als Algorithmus vorstelle, dann müsste ich sagen, das ist eine Eigenschaft des Verhaltens der Turing-Maschine. Es geht also darum, was der Algorithmus tut, nicht darum, wie der Algorithmus aufgeschrieben ist. Wenn ich also so eine Frage stelle, wie hat die Eingabe der Turing-Maschine mindestens zwei Zustände, das kann ich natürlich entscheiden, schaue ich einfach rein. Das ist zwar nicht trivial, manche Turing-Maschinen haben das, manche nicht, aber es hat nichts mit der Sprache zu tun. Zumindest nicht ausreichend viel, um schwierig zu sein. Es gibt aber auch Fälle, die sich vielleicht mit der Sprache beschäftigen, aber trotzdem triviale Eigenschaften in einer etwas indirekten Art und Weise beschreiben. Zum Beispiel, wenn ich fragen würde, ist die Sprache, die die Turing-Maschine erkennt, semi-entscheidbar? Ja, also das ist natürlich per Definition so, denn wenn eine Turing-Maschine existiert, die die Sprache erkennt, dann ist das eine semi-entscheidbare, nämlich eine Turing-erkennbare Sprache. So war das ja definiert. Das heißt, jede Turing-Maschine erkennt eine semi-entscheidbare Sprache. Und in dem Sinne ist das eine triviale Eigenschaft. Die Antwort ist schon von vornherein klar, ohne die Turing-Maschine überhaupt anzuschauen. Okay, sinngemäß dürfen Sie das auch gerne auf alles andere übertragen, was Turing-mächtig ist. Sie könnten zum Beispiel aus unserer Videoreihe hier die While-Programme nehmen und irgendeine Frage zum While-Programm stellen. Zum Beispiel, hält das While-Programm jemals an? Ist die Sprache, die das While-Programm erkennt, von einer bestimmten Form? Kann das While-Programm eine bestimmte Zahl als Ergebnis liefern für irgendeine Eingabe oder für die Lehrereingabe etc.? Also, jedes Detail des Verhaltens ist nicht entscheidbar. Im Allgemeinen natürlich. Das heißt nicht, dass man nicht in vielen konkreten Fällen, wenn man das While-Programm genauer anschaut, trotzdem eine Erkenntnis gewinnen könnte. Also, es gibt While-Programme, die ein offensichtliches Verhalten haben. Zum Beispiel die Sonderfälle, die Loop-Programme sind. Da kann man vieles ausrechnen. Vielleicht nicht alles. Okay, gut. Gut, das also sagt uns Rice und Sie sehen, es ist ein praktischer Satz. Jetzt fehlt es noch, dass wir den auch verstehen und wissen, warum der gilt. Und das will ich im Nächsten noch kurz machen, indem ich das beweise. Okay, also hier oben nochmal der Satz. Den haben Sie schon gesehen gerade. Der Satz von Rice. Wir beweisen, dass dieser Satz gilt, indem wir ganz allgemein für jede nicht-triviale Eigenschaft zeigen, dass es tatsächlich unentscheidbar ist, diese Frage zu entscheiden. Und dieser Beweis wird also funktionieren, einfach für eine beliebige Eigenschaft E wie im Satz und damit für alle. Okay, wir nehmen also an, wir haben eine solche Eigenschaft E. Wir konstruieren jetzt eine Many-One-Reduktion vom Epsilon-Halteproblem auf die E-Haftigkeit, also auf die Eigenschaft, dass man die Eigenschaft E hat als Sprache. Oh, das ist mir auch so nenne ich das Entscheidungsproblem hier, was um das es geht. Many-One-Reduktion, Sie erinnern sich, das waren die Reduktionen, die hatte ich Ihnen im letzten Video vorgestellt, bei denen wir nur die Eingabe nehmen, also die Frage, die uns gestellt wird, die ein wenig verändern mit einer berechenbaren Funktion und dann die Ausgabe dieser veränderten Frage, also diese umgewandelte Frage, direkt in einen anderen Algorithmus reinstecken und unmittelbar die Lösung für unser ursprüngliches Problem als Ausgabe für diesen Algorithmus erhalten. Also wir müssen das nicht als Subroutine aufrufen und vielleicht noch komplizierte Dinge berechnen oder es häufiger aufrufen, sondern es reicht, wenn wir ein einziges Mal die Frage umwandeln und dann können wir direkt das Ergebnis aus dem schon behandelten Problem ableiten. Bei uns wollen wir das jetzt also machen mit dem Epsilon-Halteproblem. Das war also das Problem, zu entscheiden, ob eine gegebene Turing-Maschine auf dem leeren Band halten wird. Wir wissen schon, das ist unentscheidbar und das reduzieren wir jetzt auf die Frage, hat die Turing-Maschine die Eigenschaft E? Okay, wie funktioniert das? Erster Schritt, wir nehmen an, die leere Sprache hat nicht die Eigenschaft E. Das ist, behaupte ich hier, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, das stimmt nicht ganz im strengen Wortsinn, denn natürlich gibt es Eigenschaften, die nicht trivial sind und die die leere Sprache enthalten. Also wir schließen hier bestimmte Eigenschaften aus, aber es beschränkt nicht die allgemeine Anwendbarkeit unseres Beweises, denn wenn wir eine solche Eigenschaft hätten, in der die leere Sprache vorkommt, dann würden wir einfach den Beweis für das Komplement dieser Eigenschaft durchführen. Das heißt, wir würden einfach die Eigenschaft betrachten, die genau die Sprachen haben, die die Eigenschaft E nicht haben. Wir tauschen also hat Eigenschaft und hat Nicht-Eigenschaft miteinander aus und würden zeigen, dass das dann unentscheidbar ist und daraus folgt dann das ursprüngliche Ergebnis für E auch. Also wenn wir nicht herausfinden können, wenn es nicht möglich ist zu entscheiden, ob eine gegebene Turing-Maschine diese Eigenschaft nicht hat, also wir wollen Ja als Antwort, wenn die Eigenschaft nicht gegeben ist, wenn das unentscheidbar ist, dann kann man umgekehrt natürlich auch nicht entscheiden, ob die Turing-Maschine die Eigenschaft hat. Wobei ich immer sage, wenn ich sage, die Turing-Maschine hat die Eigenschaft, meine ich natürlich, die Sprache der Turing-Maschine hat die Eigenschaft. Das ist eine Eigenschaft von Sprachen, das ist klar. Okay, so sieht es aus. Wir nehmen also immer entweder das Komplement oder die Eigenschaft selbst, um den Beweis fortzuführen und dadurch sind wir sicher, dass wir ab jetzt die leere Sprache nicht in dieser Eigenschaft haben. Jetzt sei außerdem ML eine Turing-Maschine, die eine Sprache L akzeptiert, die die Eigenschaft hat. So etwas muss es geben, da die Eigenschaft ja nicht trivial ist. Es reicht für unseren Beweis zu sagen, das gibt es. Wir müssen nicht angeben, wie wir diese Turing-Maschine finden oder wie wir diese Sprache L finden im konkreten Fall. Wir müssen ja auch nicht wissen, wie E überhaupt vorgegeben ist. Das alles ist egal. Wir wollen nur zeigen, dass es eine Reduktion gibt. Wir wollen die nicht implementieren. Wir müssen nicht genau bestimmen können, berechnen können, wie diese Reduktion zustande kommt. Es reicht aus, wenn wir mathematisch zeigen, dass es eine Reduktion gibt. Dann ist die Unentscheidbarkeit klar. Okay, also es gibt irgendeine Turing-Maschine, die etwas akzeptiert, was die Eigenschaft hat. Ansonsten wäre es ja eine triviale Eigenschaft. Wir merken uns, diese Turing-Maschine ML, die brauchen wir im nächsten Schritt. Fortsetzung. Nächster Schritt. Jetzt wollen wir eine Turing-Maschine konstruieren, die uns dabei hilft, auf indirektem Wege das Epsilon-Halteproblem zu entscheiden. Das ist das, was ich reduzieren will. Und ich möchte also eine Eingabe, die über das Epsilon-Halteproblem eine Frage stellt, umwandeln in eine Eingabe, die über die E-Haftigkeit einer bestimmten Turing-Maschine eine Frage stellt. Das heißt also, die Eingabe vom Epsilon-Halteproblem, was war das gleich? Naja, das ist einfach eine kodierte Turing-Maschine. Die Turing-Maschine, für die wir wissen wollen, ob sie halten wird auf dem leeren Band. Und wir müssen das jetzt umwandeln in die Frage nach der Epsilon-Haftigkeit einer anderen Turing-Maschine. Das heißt, wir wollen irgendwie eine Turing-Maschine finden, die genau dann die Eigenschaft E hat, wenn die ursprüngliche Turing-Maschine auf dem leeren Band gehalten hätte. Das ist der Trick, der hier passieren soll. Okay, wie funktioniert das? Es ist nicht sehr schwer. Es passt auf die untere Hälfte dieser Folie. Die Idee ist so, für eine gegebene Turing-Maschine M, das wird die sein, von der wir wissen wollen, ob sie hält bei der leeren Eingabe, konstruieren wir eine Turing-Maschine M-Stern. Und das sei die Turing-Maschine, die bei einer Eingabe W das Folgende tut. Erster Schritt, simuliere M auf dem leeren Wort Epsilon. Simulieren müssen wir hier gar nicht so sehr wörtlich nehmen. Also die Turing-Maschine M-Stern muss jetzt nicht wie eine universelle Turing-Maschine irgendwie komplizierte Kodierungen machen, um also M zu simulieren. Die kann auch einfach einen Teil der Übergänge von M selbst ausführen. Also M-Stern ist ja spezifisch für M. Die darf also das gleiche Bandalphabet haben und vielleicht noch ein bisschen mehr. Die darf die gleichen Zustände haben. Also die muss nicht die gleiche M-Stern-Turing-Maschine sein für jede beliebige Eingabe. Wir können die frei konstruieren. Also wir würden im Prinzip einfach beginnen damit, dass wir im Wesentlichen das tun, was M tun würde, indem wir zum Beispiel den Zustandsgrafen übernehmen in unsere neue Maschine und sicherstellen, dass wir das leere Wort am Anfang haben vorher. Das heißt, wir ignorieren das Wort W an dieser Stelle. Wir müssen es uns aber irgendwo merken, denn im zweiten Schritt brauchen wir es. Falls nämlich diese Simulation von M auf dem leeren Wort hält, dann simulieren wir als nächstes M-L auf der Eingabe W. Also was passiert hier? Im ersten Schritt läuft eigentlich etwas völlig Unzusammenhängendes. Wir lassen einfach die Maschine M auf einem leeren Band laufen. Obwohl das mit der Eingabe, die wir hatten, nämlich W gar nichts zu tun hat. Und nur wenn das erfolgreich ist, in dem Sinne, dass die Maschine irgendwann hält, nur dann rechnen wir tatsächlich irgendetwas über W aus. Und was wir da ausrechnen, ist einfach das, was M-L tut. Und M-L, Sie erinnern sich, war die Maschine, die die Eigenschaft E hat. Okay, und Sie sehen, was jetzt passiert. Wenn die Maschine M auf Epsilon hält, dann ist die Sprache, die M-Stern akzeptieren wird, einfach die Sprache L von M-L. Und die hat die Eigenschaft E. Weil egal, was die Eingabe ist, der erste Schritt wird immer Erfolg haben, weil ja M immer auf Epsilon hält. Das heißt, was die Maschine M-Stern dann tut, ist einfach wirklich nur M-L zu simulieren. Und sie verhält sich so wie M-L, das heißt, sie akzeptiert genau die Sprache L. Okay, die hat diese Eigenschaft. Falls dagegen M auf Epsilon nicht hält, was passiert dann? Naja, dann wird der erste Schritt niemals enden. Die Maschine M-Stern wird in jeder Eingabe in eine Endlosschleife geraten. Und das bedeutet, sie akzeptiert nichts. Sie wird niemals in einen akzeptierenden Endzustand kommen. Und egal, was wir eingeben, es wird nicht akzeptiert. Das heißt, die leere Sprache ist die Sprache von M-Stern. Und wir hatten ja angenommen, die leere Sprache ist nicht in der Eigenschaft E. Das heißt, in dem Fall hätte M-Stern die Eigenschaft nicht. Und damit ist unsere Reduktion komplett. Wir sehen, die Maschine M-Stern hat die Eigenschaft E genau dann, wenn die Maschine M auf dem leeren Band hält. Und damit könnten wir diese Frage also, ob sie hält oder nicht, entscheiden, indem wir die Umwandlung machen und dann auf E testen. Okay. Formal können wir das auch als Many-One-Reduktion schreiben, also als echte Funktion, die die Eingabe nimmt und sie umwandelt. Wie würde das aussehen? Da müssen wir natürlich mit Codierungen arbeiten. Ja, also wenn so eine Funktion bekommt ein Wort als Eingabe, ich nenne das hier mal V. Und in der Regel erwarten wir, dass V diese Form hat. Ja, es ist die Codierung von einer Maschine M. So ist es ja auch beim Epsilon-Halte-Problem. Wir bekommen eine codierte Turing-Maschine als Eingabe präsentiert. Wenn das der Fall ist, dann würde diese Funktion die Codierung der Maschine M-Stern berechnen. Ja, also diese Berechnung müssten wir irgendwie bewerkstelligen. Aber auch hier ist es wichtig, es reicht, wenn uns klar ist, dass man aus diesen gegebenen Maschinen ML und natürlich M, was als Codierung vorliegt, eine Maschine M-Stern konstruieren könnte, die sich so verhält. Es ist nicht notwendig, dass wir die Maschine ML als Teil dieser Berechnung finden. Das ist sozusagen hart codiert ML. Für jedes denkbare ML, was es irgendwie geben kann, für jede Maschine können wir eine Funktion finden, eine Many-One-Reduktion und eine davon würde schon korrekt sein. Wenn es eine richtige ML gibt, dann funktioniert eine davon. Das reicht uns. Wir müssen nicht wissen, welche. Kleiner Unterschied. F muss nicht ML selbst berechnen können. Okay, gut. Das heißt, in dem Fall machen wir das Erwartete. Wir wandeln M in M-Stern um und die Frage geht dann eben an die E-Haftigkeitsentscheidungsmaschine. Okay, wir müssen auch noch einen zweiten Fall abdecken. Der ist in der Regel auch irgendwie indirekt dabei. Und zwar ist das der Fall, dass die Eingabe einfach keine Codierung von einer Turing-Maschine ist. Dann geben wir irgendwas aus, was auch keine Codierung von einer Turing-Maschine ist. Und das wird dann auch abgelehnt werden. Es hat das gleiche Verhalten. Es ist keine Turing-Maschine, die E hat. Okay, gut. Und damit sind wir fertig. Das ist die einfache Reduktion im Prinzip. Also eine ganz einfache Funktion, die einfach Turing-Maschinen umcodiert. Wir haben natürlich nicht jedes Detail jetzt genau genannt. Also wie man diese Turing-Maschine M-Stern im Detail definiert, wie das gehen könnte, dass die diese zwei Schritte macht. Das ersparen wir uns. Ja, das ist nicht so spannend. Aber es kann man sehen, dass es nicht so kompliziert ist. Okay, gut. Das beweist den Satz von Rice und damit hunderte, tausende und aber tausende von Unentscheidbarkeitsresultaten, die sonst ganze Videoserien hier gefüllt hätten. Und erlaubt uns also zu anderen und anderen spannenderen Themen weiterzugehen. Ein paar andere interessante, unentscheidbare Probleme wäre ich Ihnen trotzdem präsentieren können. Aber die werden eben nicht diese Form haben, hat die Turing-Maschine eine Sprache, die eine bestimmte Eigenschaft hat. Sondern es werden ganz andere Probleme sein. Das kommt dann als nächstes. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.